Ich glaub festwegs ein FNSE oder so. Ich spiel jetzt buff des Sims in Practice Mode. Let's go. Jacks Zuschauer, was ist los, Alter? Warum seid ihr alle so nachtaktiv, Alter? Ich hab nachts immer die meisten Zuschauer, ich weiß nicht warum. Ja, aber buff ist halt ja auch echt gutes Gameplay, weißt du. Hat's ja auch. Ja, ist ja auch. Straight Play mag jeder. Also, wo ist das Problem? Ja, jeder der 144 Heads oder mehr hat, mag Straight Play. Ja? Ja, der Rest nicht. Auch? Hast du auch davor Schlechter gemacht? Ey, ich frag mich wie 144 Heads auf Mobile ist, Alter. Hm. Hast wahrscheinlich immer noch Mega-Delay. Ja. Deswegen ja. Das muss ich irgendwie komisch anfühlen. Ich hab keinen Unput-Delay. Bei Mobile? Ja. Auf was spielst du? Wie, was meinst du? Ja, was für ein Handy, Tablet, was auch immer. Äh, iPhone SE 2020. Hm. Das liegt doch daran, weil ich Auto-Hit-Schwer aus habe und ich die Level immer manuell neu starte. Deswegen. Pssch. So'n kleiner, so'n kleiner Lifehack, den ich rausgefunden hab. 76. Ja. 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 Warum nicht 69. Ja.